herzlich willkommen zu modern warfare 2 das let's play also quasi die kampagne wie ihr schon seht und ich hoffe viele von euch haben modern warfare 1 entweder noch selber gespielt beziehungsweise die missionen davon natürlich oder bei mir mal reingeguckt oder irgendwo anders bei youtube auf viele fälle solltet ihr so ein bisschen die story mitbekommen haben weil wir teilweise auch die gleichen charaktere hier in modern warfare 2 und dann später auch in modern warfare 3 wiedersehen das heißt wer jetzt keine ahnung hat was im ersten teil los war vielleicht noch mal vorher noch mal nachgucken oder sich vielleicht bei wikipedia kurz mal informieren damit ihr nicht so ahndungslos hier reinkommt ansonsten würde ich sagen fangen wir einfach mal direkt hier an wir haben modern warfare 1 stunde sehen da kennt ja sowieso schon alles wie es so abläuft was wir hier so machen ja und für die anderen die es halt nicht wissen das ist ein baller spiel das heißt es geht im grunde genommen darum dass wir meistens ein ami spielen und irgendwelche verdeckten operationen oder auch mal kompletten den totalen krieg nachspielen und im grunde genommen alles weg wichsen was da irgendwie nicht schnell auf dem baum ist so ab geht da for the record so kurze testaufnahme gemacht ich habe keine ahnung wie es welche wie viel mission es gibt und was man alles machen musste ich habe ganz dunkle erinnerungen noch aber wie gesagt die sind fast weg deswegen neues spiel wollen wir das jahr von mir bitte die testaufnahme überschreiben na klar machen wir ab geht da modern warfare 2 for the record so hier haben sie mal einen richtig schönen vorspann eingebaut es ist die fng sir verstehen auch die ganzen entwickler die quasi an dem spiel beteiligt waren ich weiß nicht genau was diese grünen komischen dinge da sein sollen keine ahnung vielleicht irgendwelche markanten punkte und ihr seht immer wieder ein paar bilder im hintergrund das ist alles aus modern warfare 1 aus dem let's play im grunde genommen das heißt es wird noch so ein bisschen noch mal zusammengefasst was da so passiert ist ja im grunde genommen nimmt es da auch nur um den diktator in aller saf oder so hieß der glaube ich und erst haben wir hinter ihm her da haben sie übrigens einen russischen freund von uns auch gekippt hat den haben wir auch eben raus geholt und nachdem wir ihn aber dann irgendwann auch gefunden hatten haben wir mitbekommen dass er da nicht der drahtzieher ist sondern ein anderer typ hinter ihm noch nämlich der typ da in der rund der hat auch noch einen sohn gehabt und da gab es glaube ich auch noch irgendeinen anderen kabinettsmitglieder quasi und jedenfalls sind wir am ende hinter allen her gelaufen und haben die halt versucht eigentlich ähm also bis der sohn abgebildet eigentlich zu kriegen quasi auch dann zu verhören natürlich und äh im endeffekt dann auch zu verhaften wir sind ja eigentlich wie sind ja die guten ne die arme sind ja immer die guten in so einem spiel aber im grunde genommen ist es dann alles immer so gewesen dass wir die typen immer umgebracht haben am ende wurden dann noch zwei drei atomraketen abgeschossen beziehungsweise in die luft geschossen und wir mussten dann diese auch nochmal fernzünden damit sie ja nicht irgendwo in amerika äh irgendwelche städte verwüsten und das war im endeffekt so ein bisschen die dns da haben wir ihnen dann den einarmigen davor haben wir ihnen den einen arm schon mit dem sniper weggeschossen da haben wir ihnen dann umgebracht übrigens die musik im hintergrund die ist von einem richtig coolen typen hier fünf jahre später spielen wir jetzt übrigens von einem richtig coolen typen habe ich gerade gesagt von einem coolen musikkomponisten und produzenten das ist nämlich hans zimmer der ein oder andere könnte ihn auch aus irgendwelchen filmen kennen das ist eigentlich ein filmmusikkomponist auch in hollywood sehr aktiv könnt ihr mal wikipedia nachgucken also hans zimmer ist ich glaube mein lieblingskomponist kann man sagen lieblingsfilmkomponist der hat schon echt coole musik gemacht so und shevard shevard ist quasi was weiß der general oder so was also das ist der oberste der oberste typ hier von unserer armee und wie ihr hört und seht wir spielen das wieder auf englisch weil einfach englisch nur ordinal ist und so ein spiel kommt auch nur also so ein creed spiel kommt für mich auch nur eigentlich nur ordinal ins frage ich habe es doch nicht einfach mal auf deutschland gestellt aber ja die ganzen anweisungen und sowas man sieht es ja auch im film dass das alles ordinal ist halt einfach besser da haben wir in ihm ran sagt er wird ja als held von neu russland dargestellt das ist der typ im abspann den wir ein paar mal block gemacht haben ja wir spielen erstmal als pfc also private first class josef allen wo sind wir denn afghanistan naja nettes fleckchen dann können wir mal urlaub machen so und die erste mission ich kann es ja schon mal sagen ähm da waren wir deswegen habe ich schon mal eine testaufnahme gemacht wir sind natürlich wieder in so einer bootcamp wie auch beim modern warfare 1 tag 1 15 30 ungefähr erstes bataillon 75 ranger regiment und wir sind hier irgendwo in so einem camp so was geht denn sgt foley von der hüfte was machen die denn und sie müssen zielen ne so jetzt muss man ja den jungen retousten mal zeigen wie es geht schöne schöne m4 so vom von der hüfte sollen wir schießen ne und das war schon so wollen wir die steuerung umkehren so dass man dann quasi wenn man nach oben zielt nach unten ein also wenn man nach oben den knopf drückt nach unten einziert also ein bisschen wie beim helikopter zum beispiel da würde es dann sinn machen aber ansonsten macht das überhaupt keinen sinn für mich ne die hinten spielen maskepa oder was ne na hat er bisschen was drauf ne obwohl er schwarz ist man so wollen wir jetzt machen jetzt muss man aus der hüfte schießen oder was und ihr seht schon aim assistant ist an das heißt das seht ihr auch gleich nochmal das kann ich euch nochmal vorführen das heißt ihr zieht da meistens schon wenn ihr so ein bisschen in der richtigen richtung seid zieht ihr meistens schon relativ nah auf den gegnern ihr müsst natürlich noch ein bisschen fein justieren ja klar mach ich also wenn wir jetzt dass wir vormachen dass wir erstmal die waffen nachladen ja wir haben ja auch nur 600 schuss sollte reichen so wenn ich jetzt zum beispiel hier hinziele aber dann in den links rein gehen wenn ich zu weit weg bin macht das nichts wenn ich nah dran bin ungefähr hier dann zoomt das schon ungefähr in die mitte hin das ist der typische aim die aim hilfe die zielhilfe die gibt es auch online ist online ja schon hilfreich das problem ist nur manchmal kackt ihr halt rum wenn du ein zwei die nach vorne hast ja du willst dann irgendwie linken angreifen oder sowas dann haben wir noch ein rechter von hinten von rechts irgendwie reingelaufen die sind zwei meter auseinander und dann hau dich die aim hilfe genau in die mitte von den beiden da hast du verkackt so jetzt können wir wir können auch durch welche holzwände durchschießen ach was hätte ich ja nicht gedacht ok haben wir die schon ne muss ich mal holen hier machen wir ok ha 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 das war feicher klopf hier so hauen wir mal ein paar normale handgranaten hin easy also ihr seht schon ein ganz normales bootcamp hier wir sollen ein bisschen was zeigen die typen gucken ja alle ob sie irgendwie samariter hier in uns sehen der ist hier cool ne mit seiner bonnenbrille er denkt auch da ist auch ein captain jetzt sind hier alle privates und ich auch ein captain aha er ist ja cool sie hier kann dir auch mal was treffen oh naja die sind hier im schrauben oder was die müssen hier in den bagi wieder fit machen schillen sich hier ein weg ja ansonsten ist das ja sozusagen das afghanistan camp von den amis wir können noch ein bisschen umgucken hier da hinten steht ein dicker fetter payblow wenn ich das richtig sehe hier fliegen generell auch relativ viele hubschrauber rum also ich hab' ich mal gesehen da sind ein paar nicht schlecht so wo sollen wir denn hin the pit keep out keep out wenn warning flakes or lights are displayed ist klar so und wir müssen quasi jetzt so eine art teststrecke noch durchlaufen das weiß ich noch was geht denn herr general shepard haben wir eigentlich nicht von der rassen oder okay wir sollen eher eine pistole ach ne wir sollen die hier war hier nicht immer irgendwo eine egal so fette deshalb igel munition haben wir anscheinend wir können aber alles nachladen weil jetzt geht's natürlich wieder auf zeit ne wir sollen ja ganz viele ziele sozusagen hier zack waffe zwischen ganz viele ziele in kurzer zeitplatte machen und dann quasi hier wieder rauskommen man tut noch was beim ersten mal schaffen ich glaube wenn man zu langsam ist dann muss man das nämlich wiederholen soll gemacht ein tor auf hier ach du scheinkleister ok wir könnten sie doch eine andere waffe hier irgendwie leisten die scar age kann die wird ich bin so ein alter alter hase ich würde gerne die empfehlen denn die empfehlen denn die empfehlen denn die empfehlen sagen immer mal die pistole hier wie es mit kreis das weiß ich noch schon die 56 prozent also ziegelneuigkeit war scheiße meine zeit war immerhin wir haben alle einnehmen ist umgebracht sie will uns mal 11 zivilisten also 44 kunden haben gebraucht beziehungsweise your final time ist 41 sekunden recommended difficulty hardened machen wir nicht wir machen das schön hier guckt euch das an das sollen wir eigentlich machen wir machen aber regulär freunde veteran muss wahrscheinlich unter 30 sekunden bleiben da muss aber alles auswendig kennen habe ich auch irgendwann mal geschafft aber das ist ja hier nur ein testlauf und wir spielen es mal damit es ein bisschen ruhiger für uns wird damit wir nicht so viel laden müssen und damit wir auch so ein bisschen mehr die story mitbringen und uns nicht so auf das gameplay fixieren spielen natürlich die normalen spielte ist gerade so ich glaube jetzt ist es los oder warte jetzt kommt ein bisschen schwung in die runde also die wurden auch super angegriffen was dlm oh 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 Vielen Dank.